Hey Leute und Willkommen zu diesem Spaceflight Simulator Video. Heute werde ich eine Protonrakete bauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das war es auch schon mit der ersten Stufe. Ihr könnt euch selber entscheiden, ob ihr die Düsen so oder so machen wollt. Ich finde, hier wäre dann viel zu viel Platz zwischen, deshalb mache ich das immer so. So, das ist die zweite Stufe, ziemlich effizient mit den beiden Frontierdüsen. Und jetzt kommt auch die dritte Stufe mit einer Frontierdüse. So, und das ist hier die Hülle, wo später das reinkommt, was in den Orbit geschossen werden soll. Ihr seht wahrscheinlich hier unten, ähm, hier, die ist ziemlich stark. Man könnte da das Gesamt, äh, die gesamte Hülle einfach ausfüllen mit schwerem Material. Und das würde trotzdem klappen. So, ihr seht, es ist immer noch bei 1,21. Das heißt, es ist komplett egal, was man da rein macht. Die Rakete kann es in den Orbit bringen. So, es ist zwar jetzt ein ziemlich kurzes Video, aber ich hoffe, euch stört es nicht so. Dafür werde ich bald etwas Besonderes auf diesem Kanal bringen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst auch bitte ein Abo da. Und dann würde ich mal sagen, tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Outro 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 Outro